Dschungelkamp 2023, sind das kommenden Bewohner? Seit Wochen gibt es Spekulationen um die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der diesjährigen Ausgabe der RTL-Show Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Jetzt meldet die Bild-Zeitung am späten Freitagabend, dass sie sämtliche Dschungelkamp-Bewohner kennen. Bereits am Nachmittag gab man die vermeintliche Enthüllung des weiblichen Trios mit Designerin Claudia Effenberg, 57. Moderatorin Verena Kertz, 41, und GNTM-Zicke Tessa Bergmeier, 33, bekannt. Die Teilnahme von Lukas Cordalis, 55, schien darüber hinaus seit längerem fix. Da er im vergangenen Jahr aufgrund einer Corona-Infektion kurzfristig passen musste. Doch auch die anderen acht Teilnehmer seien laut des Berichts nun fix. Die Bild bestätigte damit die kursierenden Gerüchte um Schauspielerin Jana Palaske, 43, die genauso die Reise nach Australien antreten soll, wie der bereits kolportierte Trash-TV-Macho-Luigi Gigi Birofio, 23. Sechs Namen sind jedoch relativ neu im Rennen, Schauspiel-Legende Martin Semmelroge, 67. Model Papi Slowedai, 45, NDW-Sänger Markus Mörn, 63, Trash-Queen Cecilia Asuro, 25. DSDS-Sänger Cosimo Cicciolo, 40, und YouTube-Star Jolina Mennen, 30, nehmen demzufolge ebenfalls am Lagerfeuer im australischen Buschplatz. Erstmals wird Sonja Ziedlow, 54, nach dem Abschied von Daniel Hartwig, 44, gemeinsam mit Jan Köppen, 39, die beliebte Reality-Show vor Ort in Australien moderieren. Dschungelkamp-Arzt Dr. Bob, 72, wird ebenfalls wieder dabei sein. Corona-bedingt musste das Dschungelkamp 2022 einmalig nach Südafrika umziehen. Los geht es mit der 16. Staffel am 13. Januar 2023.